Halt, warte, bleib stehen! Stopp, Dory! Schnell weiter! Der hat sie nicht alle! Ich muss dir was Wichtiges sagen! Meins? Ruhe. Mach bloß keine plötzlichen Bewegung. Springt in meinen Schnabel, wenn ihr überleben wollt. In deinen Schnabel? Springen? Du glaubst doch nicht, dass ich darauf reinfalle. Meins? Du musst, weil ich dich zu deinem Sohn bringen kann. Ja, klar. Doch, ich kenne deinen Sohn. Er ist orange und hat eine winzige Seitenflosse. Das ist Nemo! Schleud euch an, wir starten! Achtung! Verschalten!